Sie werden den technischen Daten des neuen Xiamirid Minute 8 2021 nicht glauben. Hallo und willkommen, Anhänger des Kanals, ich hoffe es geht's dir gut und du bist bei guter Gesundheit. Heute haben wir ein neues und wunderbares Telefon bei Ihnen, das Xiamirid Minute 8 2021, das Ihnen hoffentlich gefällt. Schauen wir uns das Video an. Netzwerktechnologie GSM Spalte Start angekündigt 2021 2021, 25. Mai Status in Kürze verfügbar Ex. Veröffentlichung 2021, Mai Körperabmissungen 158,3 bei 75,3 bei 8,4 mm, 6,23 bei 2,96 bei 0,33 Zoll Gewicht an 190 G Bauen Sie Glasfront, Gorilla Glass 5, Glasrückseite, Gorilla Glass 5, Kunststoffrahmen SIM-Dual-SIM, Nano-SIM, Dual-Standby Anzeige-Typ Y-LCD, 500 Nits, Typ Größe 6,3 Zoll, 97,4 CM2, 81,7% Bildschirm zu Körperverhältnis Auflösung 1080 bei 2340 Pixel, Verhältnis 19,5, 9,409 B-Dichte Schutzcorning Gorilla Glass 5, Plattform aufs Android 11, Mui 12.5, Chipsatz Mediatek Helio G85, 12 nm, CPU Octa-Core, 2 bei 2,0 GHz Codex A75 und 6 bei 1,8 GHz Codex A55 Humali G52 MC2 Speicherkartensteckplatz Mikros XC, dedizierter Steckplatz Interner 64 GB, 4 GB RAM, 128 GB, 4 GB RAM Imk 5.1 Hauptkamera Quad 48 MP, 1, 1,8, 26 mm, Breit, 1, 2,0, 0,8 Ohm, Darf 8 MP, 1, 2,2, 120 Grad Zeichen Ultraweit, 1, 4,0, 1,12 Ohm 2 MP, f2,4, Makro 2 MP, f2,4, Tiefe Mit LED-Libs, HDR, Panorama Video 1080p, 30, 120 FPS, Kreiseis Selbstkamera Einzel 13 MP, 1, 2,0, Breit, 1, 3,1, 1,12 Ohm Eigenschaften HDR, Panorama Video 1080p, 30 FPS Sound-Lautsprecher 3,5 mm Büchse ComSlan Wifi 802.11 ABG NAC, Dual Bank, Wifi Direct, Hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, Le GPS Ja, mit RA-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC NR Infrarotanschluss Ja Radio UKW Radio USB USB Typ C 2.0, USB unterwegs Eigenschaften Sensoren Fingerabdruck, hinten montiert, Beschleunigungsmesser, Kreise, Nähe, Kompass Batterie Typ Lipo 4000 mAh, Licht entfernbar Laden Schnellladen 18W Mischfarben Neptun Blau, Mondlicht Weiß, Raum Schwarz Am Ende des Videos hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat, und ich würde gerne Ihre Kommentare sehen, um mich zu ermutigen, weiterhin alles Neue zu tun.